Wir schauen uns heute die Verbreitung nach § 17 und den Erschöpfungsgrundsatz an und wir sind jetzt immer noch hier bei der Verwertung in körperlicher Form und jetzt sind wir bei der Verbreitung, die ich immer noch als klausurrelevant ansehe, also die müsst ihr auch wirklich können. Zunächst einmal der § 17, der sagt, das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original- oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. So, jetzt müsst ihr einmal wissen, dass dieses Anbieten, das muss kein Angebot im Sinne des 145 BGB sein, sondern eine Invitatio ad offerendum genügt hier und das in Verkehr bringen, das ist als eine Eigentumsübertragung zu verstehen. Ein kleines Beispiel, A verbreitet auf seinem Blog eine Bearbeitung des urheberrechtlich geschützten Videos. So, ist das hier eine Verletzung nach § 17? Nein, weil wir haben ja gesehen, hier ist die Verwertung in körperlicher Form und hier hat der A ja das auf seinem Blog öffentlich wiedergegeben. Das ist keine körperliche Verbreitung, man kann das nur einfach anklicken. Das ist kein Flyer, das ist kein, keine Ahnung, kein Poster oder irgendwie sowas, das ist nichts Körperliches, sondern das ist halt ein Video auf seinem Blog. Daher ist hier § 23,19a einschlägig und nicht § 23,17 Urhebergesetz. G stellt den urheberrechtlich geschützten Sessel als Dekorationsstück aus. Verletzung hier von § 17 des Urhebers, auch hier liegt kein Anbieten oder kein Inverkehr bringen vor, weil das ist ja nur ein Dekorationsstück. Das war dieses Le Corbusier-Möbel, irgendwie sowas, meine ich, war der Fall. Also, das war tatsächlich so und da stellte sich die Frage, wurde das Urheberrecht verletzt und der BGH meinte, nö, weil das ist ja nur ein Dekorationsstück. Hier wird das nicht angeboten, also man kann das nicht kaufen und auch eine Eigentumsübertragung findet nicht statt, dementsprechend liegt hier keine Verletzung des Verbreitungsrechts des Urhebers vor. Okay, damit komme ich jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, dem Erschöpfungsgrundsatz. Und hier sagt der § 17 Absatz 2, sind das Original- oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der EU oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. Hier könnt ihr die Voraussetzung wirklich perfekt ablesen. Wir brauchen eine Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten, das muss in der EU erfolgen und das muss dann halt an eine dritte Person veräußert werden oder in Verkehr gebracht werden und genau, das sind die Voraussetzungen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Maler M hat ein Bild gemalt. Er verkauft es an K. K verkauft es jetzt an den D. M mag den D nicht und will dies verhindern und beruft sich auf § 17 Urhebergesetz. In diesem Fall wird das nichts mit dem § 17, weil nach der ersten Veräußerung, das schauen wir uns auch gleich an oder hier an dieser Übersicht sieht man das, hier nach dieser ersten Veräußerung an den Ersterwerber. Nach diesem Schritt erlischen sämtliche Rechte des geistigen Eigentums. Also das gilt auch so im Markenrecht, das gilt auch so im Patentrecht. Diese erste Übersicht, wo der Urheber halt jetzt in diesem Fall an den Ersterwerber ja übereignet, hier spielen die Urheberrechte eine Rolle. Danach, auf keiner dieser Stufen ist dann der § 17 oder jegliche Markenrechte oder Patentrechte spielen hier niemals mehr eine Rolle. Okay, komme ich noch zu den weiteren Punkten, die ich hier gerade übersprungen habe. Die Vermietung ist nicht von der Erschöpfung erfasst. Das seht ihr hier an dem § 17 Absatz 2 und Absatz 3 und auch dem § 27, der einen Vergütungsanspruch dann normiert für den Urheber. Dann, Erschöpfung bei E-Books ist nicht möglich. Das ist noch wichtig. Das war die Tom-Kabinett-Entscheidung, meine ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das war die Tom-Kabinett-Entscheidung, wo der EuGH gesagt hat, nein, bei E-Books, da gibt es keine Erschöpfung. Bei Computerprogrammen, da schauen wir uns gleich an, wie das da abläuft. mit dem Erschöpfungsgrundsatz. Genau, hier nochmal diese Übersicht und wie gesagt, das gilt auch so im Markenrecht. Wenn Coca-Cola ihre Getränke an Aldi verkaufen, dann spielen hier die Urheberrechte noch eine Rolle. Also da spielen die dann eine Rolle, aber wenn der Supermarkt das dann an mich verkauft oder an einen Großhändler und der dann an einen Einzelhändler. All hier auf diesem Schritt, auf diesem Schritt, auf diesen Schritten, da spielen die Urheberrechte und auch die Markenrechte und auch die Patentrechte keine Rolle mehr. Im Urheberrecht gilt diese Erschöpfung aber nur bezüglich des Verbreitungsrechts. Im Urheberrecht ist das anders als im Marken- und Patentrecht. Beim Markenrecht spielen Markenrechte überhaupt keine Rolle mehr. Im Urheberrecht, da bezieht sich die Erschöpfung immer nur auf den Paragraph 17. Also, das ergibt ja auch Sinn, wenn ihr mal an die Realität denkt. Wenn ihr eine, okay, machen wir jetzt ein bisschen oldschool, also der Urheber verkauft CDs an Mediamarkt. So, und jetzt verkauft Mediamarkt diese CDs an euch, an den Kunden. So, jetzt dürft ihr natürlich nicht diese CD irgendwie auf eurem PC speichern und dann auf euren Blog hochladen. Das dürft ihr nicht. Auf eurem PC speichern, das dürft ihr wegen der Privatkopieausnahme, aber ihr dürft das nicht dann auf dem Blog hochladen und dann das Recht der öffentlichen Wiedergabe verletzen, weil die Erschöpfung bezieht sich eben nur auf dieses Recht der Verbreitung, aber nicht eben auf den Paragraph 19a Urhebergesetz, der hier dann verletzt werden würde durch euch. Genau. Aber die CD könntet ihr natürlich rechtmäßigerweise und ohne den Paragraph 17 zu verletzen, könntet ihr die CD an den X verkaufen, weil der Paragraph 17, der ist ja erschöpft. Kommen wir jetzt zu dem komplizierten Beispiel. Ah, nein, noch nicht ganz. H verkauft Bücher von B, die das Bearbeitungsrecht von dem Urheber verletzen. H führt an, dass es sich um einen komplexen urheberrechtlichen Sachverhalt handele. Okay, hier liegt eine Verletzung nach Paragraph 2317 Urhebergesetz vor, weil hier wird die Bearbeitung, die das Recht des Urhebers verletzt, die wird hier von H verwertet, diese Bearbeitung ohne Zustimmung des Urhebers. Somit liegt eine Verletzung hier vor. Und übrigens dieser letzte Satz, wenn es um Schadensersatz geht im Urheberrecht und auch im Markenrecht und auch im Patentrecht, das ist immer so ein Satz in der Klausur, der schnell mal hingeschrieben ist, da müsst ihr in einem Satz dann beim Verschulden sagen, wenn es um Schadensersatz geht, ja, der Fahrlässigkeitsmaßstab im Urheberrecht beziehungsweise im Markenrecht beziehungsweise im Patentrecht ist super hoch, also wirklich super hoch, deswegen, ja, eigentlich gibt es, es gibt eigentlich keinen Fall, wo man sich erfolgreich darauf berufen kann, hey, das war so komplex, das war gar nicht fahrlässig, das wird im Immaterialgüterrecht kaum der Fall sein, weil der BGH sagt, ja, ihr hättet euch einen Anwalt nehmen können und der Anwalt hätte das definitiv gewusst. Okay, jetzt komme ich zu diesem komplizierten Fall mit der Erschöpfung bei Computerprogrammen. Die MAG, Microsoft, stellt Softwareprogramme für die Textverarbeitung bereit. Dieses Programm hat das Angestellte-Entwickler-Team entwickelt. A ist Student und kauft das Softwareprogramm vergünstigt aufgrund seines Studentenstatuses. A wird jetzt exmatrikuliert, keine Ahnung wieso, A verkauft daher das Programm an B und löscht die Software auf seinem PC, da er diese ja nicht mehr braucht. In den wirksamen, einbezogenen AGB oder auch in den generell wirksamen AGB steht aber drin, dass eine Abtretung nicht möglich sei. M, jetzt die Microsoft AG, gegen den B, gegen den Zweiterwerber auf Beseitigung und Unterlassung dieses Softwareprogramms, weil der B hat es ja nicht direkt von der MAG erworben, sondern von dem A. Gut, wir haben hier ein Werk. Hier müssen wir noch ein bisschen die Maßgabe von den 69a fortfolgende berücksichtigen. Hier haben wir ein Computerprogramm und deswegen ist dieser Schritt zu bejahen. Bei der Aktivlegitimation müsst ihr in den Paragraph 69b schauen und darin steht, dass wenn ein Angestellter dieses Computerprogramm entwickelt, dann gehen die Rechte im Zweifel auf den Arbeitgeber über, also auf die MAG. Dementsprechend ist die MAG hier mangels gegenteilige Angaben im Sachverhalt aktiv legitimiert. Dann liegt ein Eingriff vor. Ja, Paragraph 69c Nummer 1, da steht drin, man darf das nicht vervielfältigen und der B hat ja hier die Software jetzt auf seinem PC und das ist eine körperliche Fixierung, die es ermöglicht, das Werk den menschlichen Sinn mittelbar oder unmittelbar wahrnehmbar zu machen. Dann kommen wir zu der Rechtswidrigkeit und hier spielt natürlich jetzt der Erschöpfungsgrundsatz eine große Rolle. Zunächst aber einmal könnte ja der B eine Lizenz durch den Vertrag mit A erworben haben, weil die haben ja einen ganz normalen Vertrag geschlossen, A und B, aber hier stand ja drin, dass in den AGB von der MAG, als die M das an A verkauft hat, dass das Nutzungsrecht nicht abtretbar ist, das ist ein Abtretungsverbot nach 399 Variante 2 BGB, somit hier kein Lizenzerwerb von B durch Vertrag mit A. Und jetzt kommt der ganze Clou, jetzt kommt der EuGH und der sagt, B könnte allerdings berechtigter Nutzer im Sinne des 69D sein. Das setzt voraus, dass er berechtigter ist und dass das Programm bestimmungsgemäß benutzt wird. B ist berechtigter, wenn Erschöpfung eintritt. Okay, ergibt Sinn. Und jetzt stellt sich die Frage, ja kann denn hier überhaupt Erschöpfung eintreten? Wir haben doch gesagt, dass die Verbreitung sich auf körperliche Verwertungshandlungen bezieht. Und hier ist das doch einfach nur, ja, das ist eigentlich was Unkörperliches. Aber, und hier kommt dann die Rechtsprechung des EuGH, in JustSoft daher und der EuGH sagt, ja, wir müssen aber beachten, die Computerprogrammerichtlinie ist hier Lex Spezialis. Der Verkauf der Software ist eher als eine Verbreitung, als eine öffentliche Wiedergabe zu sehen. Außerdem hat der EuGH angeführt, dass es doch keinen Unterschied machen könne, ob die Software mit einem Datenträger verkauft wird oder als digitale Software. Also, wenn ich Word für meinen PC brauche und ich gehe jetzt in den Mediamarkt rein und kaufe mir dort eine CD, wo dann Word eben draufgespielt ist, ja, da ist die Erschöpfung möglich, weil das ist ein körperlicher Datenträger. Aber bei einer, wenn ich Google, Microsoft Word, Software und das dann dort kaufe, ja, das ist ein digitaler Datenträger und da ist dann keine Erschöpfung möglich. Das fand der EuGH, ja, nicht so toll und deswegen meinte er, Nein, wir müssen Software mit einem Datenträger und digitale Software, die müssen wir gleich behandeln. Und wichtig ist hier, dass ihr diesen 69 Nummer 3 Satz 2 Urheber gesetzt, da steht drin, ja, da steht genau das gleiche drin, wie in Paragraph 17 Absatz 2, den könnt ihr hier nicht so wirklich anwenden, weil der Paragraph 69 C Nummer 3 Satz 2, der bezieht sich eben nur auf dieses Verbreitungsrecht und hier hat der B ja eine Vervielfältigung vorgenommen und deswegen können wir den neu, oder deswegen konnte der EuGH hier, wenn wir mal ein bisschen ergebnisorientiert für den EuGH argumentieren wollen, der EuGH konnte hier jetzt nicht sagen, 69 C Nummer 3 Satz 2 Urhebergesetz, der könnte hier einschlägig sein, weil dieser 69 C Nummer 3 Satz 2, der ermöglicht eben nur die Verbreitung, aber nicht die Vervielfältigung. Deswegen musste der EuGH das hier über den 69 D Absatz 1 machen. So, und dies könnt ihr euch auch nochmal natürlich in Kommentaren oder so anschauen und jetzt kommt dann der BGH, der gesagt hat, und das solltet ihr wirklich wissen, also hier diese Begründung, ja, ein bisschen könnt ihr davon wissen, aber ihr habt natürlich auch nicht die Computerprogramme-Richtlinie in eurer Klausur zur Verfügung. Ihr könnt einfach schreiben, dass der EuGH den Erschöpfungsgrundsatz bei Computerprogrammen anerkannt hat und wenn ihr noch ein Argument oder zwei nennt, dann ist das vollkommen ausreichend. Und genau, jetzt kommen wir zu dem BGH und der BGH hat jetzt gesagt, was die Voraussetzungen für diese Erschöpfung sind, die der EuGH hier anerkannt hat für die Computerprogramme und nur für die Computerprogramme. Und die Voraussetzungen sind hier wie folgt. Wir brauchen einen Erwerb der Programmkopie in der EU. Okay, A und B waren in Deutschland, nehmen wir mal an, das passt hier. Dann brauchen wir einen Weiterverkauf. Ja, A hat hier an B weiterverkauft, das passt. Unbrauchbarmachung der Kopie durch den Ersterwerber. Also, wir müssen schauen, hat der A hier das Programm auf seinem PC gelöscht? Ja, hat er laut Sachverhalt. Und die letzte Voraussetzung laut dem BGH ist, dass der A die Lizenzbedingungen an B weitergegeben hat. Das stand hier jetzt nicht im Sachverhalt, aber wir können ja schreiben, wenn der A die Lizenzbedingungen an B weitergibt, dann tritt hier Erschöpfung ein, dann ist der B berechtigter und dann müssen wir noch schauen, ob eine bestimmungsgemäße Benutzung vorliegt. Hier könnte man ja sagen, ja, die MAG hat ja an den Studenten S verkauft und das war, okay, nehmen wir mal an, das war vergünstigt, weil der ist halt Student und der hat einen Studententarif halt bekommen. Aber diese Beschränkung auf Studenten ist egal. Wir nehmen jetzt mal an, dass der B kein Student ist, weil der Telos der Erschöpfung ist es doch gerade, die Verkehrsfähigkeit des Computerprogramms zu ermöglichen. Daher kann hier diese vertragliche Bestimmung keinen Einfluss auf die bestimmungsgemäße Benutzung haben. Also diese Klausel, hey, dieses Programm darf nur von Studenten benutzt werden oder von Studenten erworben werden, dann diese Klausel ist egal, wenn es eine solche hier gibt und deswegen kommen wir dann zum Ergebnis, dass der B berechtigter Nutzer im Sinne des 69d Absatz 1 ist. Somit fehlt es hier an der Rechtswidrigkeit und somit hat die MAG keinen Anspruch gegen B. Okay, das war ein Schnelldurchlauf durch dieses Problem. Ich hoffe, das ist klar geworden. Wahrscheinlich könnt ihr euch das auch nochmal irgendwo genauer durchlesen, aber ich hoffe, oder zumindest habe ich die Grundlagen davon hier erläutert. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und dann fangen wir im nächsten Video mit der super klausurrelevanten öffentlichen Wiedergabe an. Dazu könnt ihr hier klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt den Kanal natürlich gerne abonnieren. Bis dann. Bis dann.